Was ist das? Keine Ahnung. So, dann will ich die da wieder haben. Achso, der Railgun-Typ war wahrscheinlich der, der mich da eben schon beschossen hat. So, du hast nichts für mich. Ist das so ein Teil, mit dem wir schon mal rumgeflogen sind? Ich würde gerne wieder eins davon haben und damit einfach abhauen. Ja genau, da sind wir eben durch die Schächte gelaufen. Da hinten liegt noch ein bisschen Munition, aber ich glaube nicht, dass wir die brauchen. Ich brauche lieber ein bisschen Verarztung, die hier natürlich nicht rumliegt. Hast du Verarztung? Nein, wir hatten nur einen fetten Raketenwerfer. Haben wir den nicht gerade eben schon eingesammelt? Tja, Moment, da ist was. Da ist Verarztung. Sehr gut. Gut, dann müssen wir vermutlich durch diese Tür. Was ist... Achso. Nur eine rote Lampe. Das ist so ruhig. Viel zu ruhig. Und jetzt sind er wohl Gegner. Eine A-Kompanie sollte jetzt in Evac-Transport sein. Ja, ja, ja. Natürlich. Geh weg mit deinem Railgun. Ich habe Angst, ich habe Angst, ich habe Angst. Ah. Uah. What? Hä? Oh. Äh. Okay. Ich glaube, dafür haben wir gerade den... Was haben wir denn? einen Fusion-Rocket-Launcher und Rocket-Launcher. Hm. Wo bist du? Mist. Kann ich den irgendwie anvisieren? Nee. Ist er noch da? Ja. Autsch. Au, 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 au. Na. Na toll. Super. In die andere Ladezone reingestolpert. So. Wo seid ihr? Ihr wart irgendwo da hinten. Ach, das ist doch verarscht. Jetzt sind die noch nicht da. Da. Wenn ich jetzt gleich hier, dann ploppen die da irgendwo auf. Auf. Naja, die sind noch nicht da. Und jetzt sind sie da. Habe ich jetzt... Ich habe Angst, ich habe Angst, ich habe Angst. Na los, schieß doch. Ah, okay. Das sind beides keine Railgun-Typen. Nein, ich will die Waffe wechseln. Das ist echt ein bisschen doof, dass man nicht wechseln kann, wenn man nachlädt. So, das Ding. Ah, okay. Der muss wenden. Aua. Hüfe. Scheiße. Fuck. Okay, da dachte ich jetzt, hm. Ich gehe mal eben ganz schnell um die Ecke da, aber nichts ist. So. Habe ich jetzt den Railgun-Typen gekillt oder nicht? Warum ist denn jetzt... Scheiße. Nein, ich habe ihn nicht gekillt. Achso, das Schiff kommt erst von da hinten. Okay. So. Puh. Okay, die sind alle tot. Ohne Schaden genommen. Oh, fuck, 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 fuck. Fuck, 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 fuck. Scheiße. Ich habe es immerhin erwischt. Dummerweise war ich selber tot. Hä? Muss ich so weit davon wegstehen? Ach man, diese Ladezone. Gut, dass das gar nicht nervig ist, aber immerhin... Nein, es ist nicht tot. Das gibt's doch nicht. Ich muss doch das Teil abschießen können, ohne dabei selber zu sterben. Ach, das ist doch blöd. Äh, fuck. So, wo ist er? Ist er weg? Nein. Ich glaube, ich habe ihn nicht getroffen. Oder? Habe ich ihn erwischt? Ah, Tatsache. Ah, gut. Normalerweise habe ich jetzt mal wieder keine Energie. Und wieso setzt jetzt Musik ein? So, die anderen Typen kann ich natürlich noch nicht sehen. Nein. Doch. Okay. Wer ist der Railgun-Typ? Kann ich zwei vielleicht auf einmal erwischen? Mist. Äh, äh... So ungefähr. Okay, das war mindestens einer. Ne, es waren zwei. Ne, war doch mal einer. Shit. Ja, okay, komm. Ich habe den noch weg. Und den auch noch weg. Ich habe keinen Bock, dass die mich hier wieder abknallen mit ihrer Railgun. Nein! Scheiße, das ist der dümmste Autosave ever. Äh, der... Ja, der dümmste Safe ever, weil ich jetzt immer direkt sterben werde. Fuck. Ah, Leute, ihr wollt mich doch verarschen. Das kann nicht wahr sein, ey. Ah, Kacke. So eine Kacke, ey. Fuck. Aua, 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 aua. Scheiße, ich weiß auch nicht, ob ich jetzt speichern soll. Mit der wenigen Energie, das ist... Das ist übel. Ah, fuck. Scheiße. Ich muss das jetzt schaffen, sonst muss ich das komplette, was ich jetzt gespielt habe, nochmal machen. So, passend nenne ich den Safe jetzt mal eben hier. Fuck. Ah, scheiße. Ich sollte nicht immer nur einen Autosave oder zwischendurch mal richtig speichern. Wo ist jetzt das Schiff? Ich glaube, das war kein Treffer. Nein! Scheiße. Ich muss das mit dem ersten Schuss irgendwie erwischen. Das war vermutlich kein Treffer. Ne. Okay. Ja, Rakete, Rakete, Rakete. Okay. Was ist denn der normale Raketenwerfer? Achso, das ist... Das ist der hier. Na gut. Autsch. Das ist natürlich auch die Frage, ob dieser Raketenwerfer überhaupt ausreicht. Da darf mich nicht einmal mit seiner Rakete irgendwie annähernd treffen. Wie komme ich denn da jetzt am besten ran? War das jetzt... Nein, das war kein Treffer. Ja, und jetzt kommt der hierher. Ja. Oh Gott. Ich hoffe, da kommt jetzt nicht noch eins. Das ist wieder so trügerisch ruhig, aber... Vermutlich stehen hier doch bestimmt auch noch Leute oder so. Natürlich stehen da noch Leute. Habe ich jetzt alle erwischt? Nein. Und da steht noch einer mit einem Raketenwerfer. Der macht auch ziemlich... fette Explosionen. Scheiße. Der macht richtig fette Explosionen. Na gut. So Jungs, passt mal auf hier. Achso, das ist noch gar nicht. Diese Ecke, das ist erst die nächste Ecke. Also am besten müsste ich die killen, ohne dass die mich bemerken. Geht das? Nein, ich sehe die noch nicht. Ah, weg hier, weg hier, weg hier. Das kann nicht wahr sein. Ich muss den Raketenwerfer erwischen. Und da muss ich hier ganz schnell weg. Ganz schnell, ganz schnell weg. Ach nein, ey. Das kann doch nicht wahr sein. Weg hier, weg hier, weg hier. Na geil. Ich komme hier nicht weit genug weg. Was ist denn, wenn ich auf die Leute zulaufe? Aber denn... Das könnte sogar funktionieren. Das hat sogar funktioniert. Ah, okay. Angriff ist die beste Verteidigung. Gebt mir doch mal Verarztung. Ja. Immerhin. 27. So, hier sind... Natürlich sind hier wieder welche. Scheiße, ich höre ein Schiff. Was? Alter, ihr wollt mich doch verarschen. Ey, so ein Dreck, wo kam denn jetzt dieses Schiff wieder her? Und ich habe keine Raketen mehr für den fetten Raketenwerfer. Da. Na, geil. Na toll. Und von hinten kommt ein Typ. Was mache ich denn jetzt? Das Schiff hat sich irgendwie verzogen. Keine Ahnung, warum. So, wir sind noch wieder Leute. Ja, natürlich. Scheiße, da kommt das Schiff und der hat eine Railgun. Ich will hier nicht sein. Da sind natürlich noch mehr Leute, da kommt eine Rakete. Und da kommt das Schiff. Fuck. So. Alter. Ich glaube das nicht. So, wo bist du? Okay. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Fuck. Nein, 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 nein. Jetzt gehe ich hier hin und speichere erstmal. So, das war der. Nein, warum lauft ihr nicht weg? Hilfe. Das war so nicht geplant. Okay. Gib mir eine Waffe. Stirb. Gut. Gut, gut. In kleinen Schritten bewegen wir uns vorwärts. Ich möchte jetzt auch echt mal wissen, wo dieses verkackte Schiff da wieder herkam. Ja, es geht hin. Auf jeden Fall. Ich möchte das jetzt mal von oben oben laufen. Alles mal kurz die rein. Ach so. Ich möchte das mal machen. Dann gehen wir jetzt mal an.